Oh nein, der P4-Ferrari ist abgeflogen. Alter, kranker Move. Junge, Junge, Junge. Das war ein starker Move. 1 Meter nach links versetzt. Die Anzeige ist schon bei Ryan Mee und der hat ihn noch getötet. Och, Digger. Ja. Immer diese Honda, ey. Perfekt. Lol. Das ist ja so unfassbar ärgerlich. Ich meine, der fährt jetzt mal bestimmt 5, 6, 7 Sekunden langsamer. Und jetzt noch die DT. Ey, das ist doch so ein J... So ein Joke. Der fährt da so langsam raus, weil das Auto untersteuert und holt sich dafür jetzt die DT. Junge, diese Regen-Track-Limits ein. Ja, und gerade aus der Box raus musst du halt quasi wieder so einen Rechtsbogen fahren. Ich weiß nicht, wie lange. Boah. Das Strecke geht's eigentlich schon. Das sind einfach nur die riesen Pfützen, die da manchmal sind zwischendrin. Ich hätte richtig rausnehmen. Holla abgeflogen, steht auf der Camel. Ah, fährt wieder. Echt? Echt? Ja, ja, jetzt bergab. Ja. Oh nein, nein, nein. Ach, stimmt. Ah. Wie damage ist das? Nicht viel. Oh, die 3-2-2 auch dead. Auf Camel. Hörst du mal ruhig an. Oh, oh nein, der Ferrari ist, der P4 Ferrari ist abgeflogen. Oh, geradeaus kann Klox oder wie? Ja. Du musst gerade versuchen drüber zu fahren, ich hoffe das geht mit dem Verkehr. Der ist Kernschrott. Lord, what the fuck, ich mach mal ganz vorsichtig hier. Oh, er kommt. Durch. Boah, Alter, das ist immer noch ganz wild gewesen gerade. Oh, 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 oh. Boah. Tracker muss man tanke. Boah. Boah. Kann man zwei Sekunden. Boah. Ja, was ist das? Boah, oh, 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 oh. Die sind gerade einfach 10, 11, 12, einfach direkt beieinander. Oh, oh, oh. Wow, macht die Jonas da so Terror. Geil. Nice one. Alter, was ein geiles Rennen. Alter, GG, nice. Wir hatten nicht eine Strafe. Wir sind mit, keine Ahnung, Final Warning 21 Stunden oder was, 20 Stunden rumgedümpelt. Ja. Keinen entsorgt und sind einfach nur unser Rennen gefahren, 24 Stunden. Orlando, du hast eine Mission. Die, okay. Schiebt da rein. Verrückt, den Boxen auch reinzuschieben oder so. Seht euch rein, Schiebe. Ja, okay. Ich mach jetzt hier zu. Mach dich jetzt nicht unbedingt. Du bist ja nicht ganz schön. Nein. Jetzt fahr doch. Ja, oh nein. Jetzt haben wir den Salat. Nein, der hat mich reingeschoben. Ja, Mann. Das ist taktisch. Das ist taktisch. Das ist taktisch. Oh, Ehre. Schieb dich. Komm, schieben. Wir haben da noch ein paar Autos in der Box. Ja, versuchen wir mal, was Orlando. Ja, man ist glücklich. Ja, man ist glücklich. Bitte.